Da sollten wir relativ leicht vorbeikommen. Und wir da rennen oder rechts lang gehen. Nein, ein Pfeil. Ach ja. Gott sei Dank nicht im Knie. Oh ja, Ruben. Oh yeah, klopf, klopf. Nur um weggesprengt zu werden. Oh, das ist auch ziemlich cool, dieses Raussuchen hier. Hm, vielleicht ist es, ich weiß nicht, lockt oder was. Das ist ein Ding, das Leute tun, um wichtige Türken zu machen, oder? Ja, klopfen, ne? Das nenne ich mal ordentlich klopfen, aber es hat nicht funktioniert. Oh, oder doch. Und alles aus Obsidian, dass es nicht von TNT zerstört wird. Sehr gut. Das funktioniert, für einmal. So, es scheint, lasst uns da rein. Right behind you. Ah, Mist. Falttüren. Hm. Na, toll. Oh. Okay. Bitte fall nicht runter. Du bist komplett entzündet von hunderten von Death Trappern. Ein Schritt nach vorne, und KABOOM! Duh! Magnus! Das ist Magnus! Wir haben total geteilt von Magnus! Ich denke, wir werden jetzt sterben. Hast du wirklich gedacht, dass du mich auf mich konntest? Ha! Du bist zwei von den Worsten Griefern, die ich mitgebracht habe. Und ein PIG?! Wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen deine Hilfe. Tch! Correct. Ähm... Er ist dein größter Fan? Ja, das ist, weil er dein größter Fan ist. Schau ihn an! Ich meine, nicht wie der größte Fan. Genau! Also erzähl mir etwas nicht, Griefers. Wie hast du mich gefunden? Wir sind in Gabriels Auftrag unterwegs. Tatsächlich. Gabriel hat uns auf diese Mission gebracht. Gabriel? Ha! Ha! Das Amulett beweist das! Das klingt ziemlich witzig, Leute. Wer bist du wirklich? Warum bist du hier? Ähm... Ich will Antworten. Dann gib sie mir direkt. Die Welt steht vor dem Untergang. Stimmt. Du hast mich überrascht. Du hast mich überrascht. Geh weiter. Puh! Ich dachte, du wirst ein Held. Du wirst ein Held sein, Magnus. Und jetzt... Der Welt braucht einen Held. Du kannst mit uns kommen und helfen, diesen Verhalten zu stoppen. Mhm. Hm. Warum solltest du mir nicht vertrauen? Hm. Okay, okay. Du hast mich überrascht. Ich bin vorbei. Ha! Ob man das auch anders hätte... Oh! Puh! Ob man das auch anders hätte lösen können? Bestimmt. Aber wir haben vielleicht ein bisschen ein Problem, rauszukommen. Ha! 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 Du bist Magnus. Du kannst einfach rauskommen. Ha! Hallo! Ich weiß nicht, ob du in diesem Ort geschaut hast, aber äh... Das stimmt. Das stimmt. Ähm... Ja, aber nicht, wenn man... Ich weiß nicht. Du hörst über das ganze, den König für seinen König zu retten, richtig? Ja. Es ist wie ihre Sache. So lange ich bin König, kann ich diese Stadt nicht verlassen. Ich weiß, wie du fühlst. Nein, du nicht. Du bist richtig. Ich bin nicht. Aber du bist Magnus. Niemals. 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 Sie haben sie zahlreiche Mal gebeten. Und keine sind wertvoll. Sie werden es direkt durch. Hm. Aber du? Ha! Du bist der Neukomer mit einem Gold-Amulett. Bis jetzt werden es wahrscheinlich alle Ruhmungen geben, über wie großartig du bist. Wenn du mich betrachten, dann werde ich gehen können. Ich kann nicht glauben, dass ich es nicht vorhin dachte. Aber dann sehe ich sie doch hier fest. Ja, aber ich glaube, dass ich gewonnen habe. Dann wäre ich hier nicht so legendär wie ich. Es sollte sich leicht genug machen, um einen anderen Krieger zu spüren. Nur die Krone mit viel höherer Läufer. Der Trick ist, nicht eine Legend. Aber wenn du auf dich schaust... Ich denke nicht... Nun, trotzdem. Oh Gott. Das wird gut sein. Ich bin eigentlich über das gefühlt. Aber wir müssen sicher sein, dass es legit sieht. Der Deathbowl hat noch nie gesehen, die Karnage, die wir jetzt zu kreieren. Ähm, was ist der Deathbowl? Das ist der Deathbowl! Das ist gut. Oh oh. Die Karnage ist super. TNT ist am wichtigsten, am besten. Gute des Amulets, nicht schlecht. 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 Ohoho, der Arme! Das war nur eine Warnung! Was? Eine Warnung, dass du Gläser brauchen? Es scheint, dass der Student der Master geworden ist. Und der Amulett-Holder wird den Tag gewinnen! Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ich liebe es und möchte es auf ein T-Shirt legen! Nice! Der ist gut! Das wird ein echter Kampf! Jesse! Jesse, bist du okay? Ja, aber es wird schwieriger! All right! Ich denke, Nuke-Time ist vorbei! Das war gut! Guter Schuss! Kann ich nicht verleihen! Glück ist manchmal, weil es uns nicht gewöhnt ist. Aber es ist niemals gewöhnt. Gewalt, Masterie... Das sind die Dinge, die dich verletzt werden! Magnus, schreib einen Kannon! Ja! Schluss mit einem Kannon! Wenn es einen Kannon ist, dann wird es einen Kannon! Guter Schuss! Ja, er hat ihn komplett verloren. Der Mann ist für den Kassel! Jesse, du hast besser die, ich weiß nicht, größte Sache in deinem Leben! Wie gerade jetzt! Nun, es ist noch etwas Material in der Kiste. Und was war in der pinken Wolle? Kiste? Die beste Waffe jemals! Steine! Das ist es, Jesse! Geh! 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 Ach, das muss er sein! Ha! Das sollte ihn halten! Vielleicht... Ja, es ist... Ja, es könnte sein, aber Jesse, schau! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Du sollst den Kampf ausführen! Oh, oh! Oh! Okay, das hält vielleicht zwei Schüsse ab, aber nicht so viele! Jesse, schau! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Ich werde hier nicht lange draufbleiben! Oh, oh! Untertitelung des ZDF, 2020